Vielen Dank nochmal für die Einladung hierher nach Weimar. Wer kann an diesem Ort nicht an die Kombination Deutsch-Kultur-Göthe-Schiller-Buchenwald denken? Als eine Künstlergruppe aus Hamburg vor Jahren in Weimar bei einem dieser Schiller-Feste rumlief, hatte sie vorher eine Anfrage an die Welt geschickt zum Thema Freiheit trainieren. Von dem New Yorker Künstler Boris Lurie, der 1945 aus Buchenwald befreit wurde, haben sie sinngemäß als Antwort bekommen, Freiheit, dazu fällt mir nichts ein. Wer an sowas dort denkt, soll seinen Blick nach Buchenwald richten. So etwas ließe sich auch über die Avantgarten sagen, ob es politische oder künstlerische sind oder waren. Es gibt sie nicht und es kann sie nicht mehr geben. Und wer sich als eine solche, als Avantgarde sehen lassen möchte, sollte sich eher mit dem Problem herumschlagen, im Falle eigener Wertmächlichkeit zur Avantgarde der Konterrevolution gezählt werden zu müssen, politisch und künstlerisch. Bevor wir uns der Kritik der Situationistischen Internationale hinsichtlich Kunst und Politik zuwenden, möchte ich fragen, was mit der Wortverbindung politische Kunst oder kritische Kunst angezeigt sein kann. Dabei möchte ich mich aber nicht auf unmittelbare Definitionsversuche bezüglich der Kunst, der Politik, des politischen oder der Kritik einlassen, weil diese nämlich selbst politisch umstritten sind und insofern selbst der Form des Politischen unterworfen sind. Vielmehr möchte ich fragen, ob es sich von vornherein überhaupt vornehmen lässt, Politik zu machen, Kunst zu betreiben oder einen kritischen Standpunkt einzunehmen, in dem Sinne, dass damit verstanden wird, dass diese Tätigkeiten, die damit benannt sind, die Eigenschaften haben, politisch, künstlerisch oder kritisch zu sein. Kann ein solches Vornehmen denn mehr bedeuten als ein bloßes Versprechen oder ein suggestives Selbstversprechen bzw. eine Selbstversicherung, dessen Einlösung aber völlig offen scheint, ist es nicht vielmehr so, und das wage ich mit guten Gründen zu behaupten, dass wir immer nur im Nachhinein sagen können, ob eine Tätigkeit, ein Werk oder ein Ereignis oder eine konstruierte Situation bezogen auf die Situationisten auch wirklich politisch, künstlerisch oder kritisch gewesen ist. Und selbst diese nachträglichen Bestimmungen oder die Frage, ob sie auch wirklich zutreffend sind, fallen wiederum in den Bereich des politischen Handgemenges. Das heißt, Politik, Kunst und Kritik sind als Titel für Bestimmungen zu verstehen, die ihrerseits umkämpft sind, die immer wieder aufs Neue in der politischen Form des diskursiven, kommunikativen oder auch wirklichen Handgemenges ausgehandelt werden. Ähnlich wie übrigens auch solche Begriffe wie das Vernünftige, das Schöne, das Gute, das Wahre oder das Gerechte. Auch dann, wenn wir Kunst und Politik kritisieren, werden wir dieses Handgemenge, die politische Form, nicht los. Eine solche Kritik vollzieht sich immer im Modus des Politischen. Bezogen auf die SI scheinen mit einer solch allgemeinen Bestimmung der Form des Politischen auf den ersten Blick jedoch einige Probleme verbunden zu sein. Ging es der SI in der späteren Phase doch um, ich zitiere, neue Aktionsformen gegen Politik und Kunst. Entsprechend formulierte sie an anderer Stelle, Zitat, unter politischer Bewegung versteht man heute die spezialisierte Tätigkeit von Gruppen bzw. Parteiführern, die aus der organisierten Passivität ihrer militanten Anhänger die Unterdrückungskraft ihrer zukünftigen Macht schöpfen. Die situationistische Internationale will mit der hierarchischen Macht nichts gemein haben, auf welche Weise es auch sein mag. Sie ist also weder eine politische Bewegung noch eine Soziologie der politischen Mystifikation, Zitat Ende. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass jenes Politische, von dem ich gesprochen habe, welches das Feld der Auseinandersetzungen, der Kämpfe und der Dissense bezeichnet, etwas anderes darstellt, als die Politik, von der die SI hier spricht. Die Politik, von der die SI spricht, ist durch dasjenige, was die SI als die Gesellschaft des Spektakels bezeichnet, formbestimmt. Es ist eine in diesem Sinne spektakuläre Politik, eine Politik der Repräsentation, die zugleich ein durch Macht und Herrschaftsverhältnisse bestimmtes Bild von Politik produziert und reproduziert. Das kritisiert dann eben die Situationistische Internationale dann. Politik erscheint in der spektakulären kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft als eine eigenständige Sphäre, nämlich als ein Bereich des Engagements, in dem sich spezialisierte Politmanagerinnen, wie zum Beispiel Partei- und Gewerkschaftsleute, Berufspolitiker oder auch engagierte Bürger tummeln. Auch in linksradikalen und autonomen Zusammenhängen, sowie ebenfalls im Bereich der politisch engagierten Kunst, finden sich etliche Leute, die bewusst oder unbewusst dort bestimmte Führungsqualitäten und somit ein Politikmanagerinnen-Dasein ausbilden, erlernen und einüben. Politik und das Politikmachen stellt sich in einer spektakulären Form, das heißt immer auch in einer ideologischen Form, als getrennt vom alltäglichen Lebensbereich der Menschen dar und teilweise auch relativ getrennt vom Bereich der Ökonomie, der Wissenschaft und eben von der Kunst, welche der spektakulären Ordnung ebenfalls als ein getrennter Bereich erscheint, in dem sich Spezialistinnen und Spezialisten und Stars kummeln. An den Stars ist jedoch zu erkennen, dass jene Bereiche wie etwa Kunst und Ökonomie nicht komplett getrennt sind, sondern nur als getrennt erscheinen. Werden doch die Stars gehandelt, wie jede andere Ware auch. Sie haben einen spezifischen Marktwert. Der Erscheinungsform der Trennungen liegt letztlich eine Klassentrennung ökonomischer und herrschaftlicher Funktionsträger und Trägerinnen zugrunde, die durch jene spektakuläre Ordnung jedoch verschleiert ist. Indem diese Ordnung und damit jene Erscheinungsform der Trennungen reproduziert wird, ist das Politische, von dem ich eingangs gesprochen habe, aber verdrängt oder ausgeblendet. Das Politische ist durch die spektakuläre Politik verhüllt. Insofern kann gesagt werden, dass die spektakuläre Politik eine Politik des Scheins und somit pseudopolitisch ist. Sie ist nicht wirklich politisch, sondern sie ist polizeilich. Also eine Form der Aufrechterhaltung der spektakulären Ordnung. Die Aufrechterhaltung der spektakulären Ordnung, also das polizeiliche, besteht wesentlich in der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Wert- und Warenform, ihrer ökonomischen Mechanismen und den damit verbundenen Verwertungsbedingungen der staatlichen Organisationen und Institutionen, so zum Beispiel auch der Bereich der Familie, sowie der ideologischen Staatsapparate und Ähnlichem. Alle subversiven Strategien schlagen unter der Form der Stimmung des Spektakels entweder sofort ins Polizeiliche rum, werden dort ausgeblendet, oder sie modernisieren eben die Gesellschaft des Spektakels. Das heißt, in beiden Fällen, in der Ausdrucksweise der SI, sind die subversiven Tätigkeiten, sobald sie in der spektakulären Totalität erscheinen, rekuperiert worden. Wenn die SI davon spricht, Kunst und Politik wegzuschaffen, aufzuheben oder zu verwirklichen, dann zielt dies in erster Linie auf die Aufhebung jeder Trennungen ab. Wie aber ist eine solche Aufhebung zu denken? Grundlegend ist mit dieser Frage die nächste Frage verbunden, nämlich die Frage nach der Proletarisierung der Welt und der gesellschaftlichen Individuen. Doch bei diesen Fragestellungen ist zunächst zu benennen, was Aufhebung der Kunst hinsichtlich des Verhältnisses von künstlerischen und politischen Tätigkeiten nicht heißen kann. Es kann damit nicht ausgesagt sein, dass hinsichtlich ihres Aufgehobenseins künstlerische und politische Formen ununterscheidbar dasselbe seien. Weiterhin wird es auch bei einer überwundenen, spektakulären Form der Gesellschaft immer möglich sein, an einem Tun, an verschiedenen Tätigkeiten oder Tätigkeitsprozessen künstlerisches und politisches voneinander zu unterscheiden, wenn auch in einer anderen Art und Weise und einer anderen Bestimmtheit als innerhalb der spektakulären Ordnung. Solche Unterscheidungen lassen sich aber immer nur im Nachhinein angemessen treffen, auch dann, wenn beide Hinsichten, nämlich das politische einerseits und das künstlerische andererseits, sich auf ein und dieselben Tätigkeit beziehen und an dieser somit sowohl politische als auch künstlerische Momente gemeinsam thematisieren. Die Unterscheidbarkeit zwischen einer politischen Form und einer künstlerischen Form des Tuns bliebe damit aller Aufhebung zum Trotz also weiterhin in Kraft. Künstlerische Praktiken wie Malen, Tanzen, Fotografieren, Romane produzieren und so weiter sind auch unter der Perspektive der Aufhebung von Kunst und Politik nicht schon per se als politisch zu deklarieren, wenn wie schon angedeutet unter dem politischen die allgemeine Form des Dissenses und der immer auch notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verstanden wird. Genauso wenig kann selbstverständlich das Umgekehrte gelten. Nicht jedes gesellschaftliche Handgemenge ist bezogen auf jenes Aufgehobensein per se schon als künstlerisch zu deklarieren. Aufhebung von Kunst und Politik als kritische Perspektive kann in begrifflicher Hinsicht und bezogen auf die Ausführungen der SI somit nur heißen, ihre getrennten Erscheinungen sowie den Schein ihres Getrenntseins wie sie sich in der Form des Spektakels als separate Sphären darstellen zu überwinden. Mit Hinblick auf die Gesellschaft des Spektakels und damit verbunden auf die kapitalistisch bestimmte Ökonomie der Wertvergesellschaftung auf ihre Ideologie, ihre Staatsapparate und so weiter und vor allem hinsichtlich der Proletarisierungsprozesse zielt die Forderung nach einer Aufhebung von Kunst und Politik wie sie die SI verstanden hat perspektivisch im Wesentlichen auf folgende Punkte ab. Erstens ging es der SI darum, den Bereich der verdrängten radikalen Bedürfnisse der proletarisierten Individuen ihre Begierden und Leidenschaften zur Sprache kommen zu lassen. Zweitens ist damit verbunden, ein Abzielen auf eine freie Fähigkeitsentwicklung der Individuen jenseits der Proletarität, auf die freie Entfaltung ihrer wirklichen Individualitäten im Gegensatz zu ihrem Dasein als zurechtgestützte Arbeitskraftbehälter, als vereinzelter Einzelner oder vereinzelte Einzelne oder als Geldmonaten. Nicht ein Mehr an Freizeit, in welcher die Individuen bloß ihre Arbeitskraft reproduzieren, sondern disponible Zeit, wie Marx das ausdrückt, also Zeit, die wirklich frei zur Verfügung steht, wäre dies bezüglich eine Voraussetzung für gesellschaftliche Individualitätsentwicklung, weshalb Lohnarbeit zu überwinden und Arbeit in Richtung einer Travai attraktiv, also einer anziehenden Arbeit, oder in Richtung spielerisch-experimenteller Tätigkeit zu befreien wäre. Drittens stehen dafür unter anderem auch die Versprechen der bisherigen Künste. Sie wären für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung heranzuziehen, da künstlerische Praktiken, Medien für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen sein können. Es gilt hierbei, auch die fünf Sinne weiterzuentwickeln und bezüglich ihrer Form zu sublimieren, also zu veredeln. Die Versprechen der Künste ernst zu nehmen und sie einzulösen, wäre zugleich eine Befreiung der künstlerischen Tätigkeiten von den Regeln der bürgerlich oder vorbürgerlichen herrschenden Kunstnormen und eine Überwindung der bisherigen Form des Kunstbetriebes. Viertens, anders als im Surrealismus, bedeutet es bei der SI die Losung, die Kunst im Leben zu verwirklichen, nicht wie im Surrealismus, die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen, sondern die poetischen Momente künstlerischer Praktiken geschichtlich zu retten, das heißt schließlich, die surrealistische Parole umzukehren und die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. Unter dem Blick der nachträglichen Bestimmungen können zwar bestimmte künstlerische Praktiken durchaus als Mittel einer revolutionären Politik bedient haben, aber nicht zum letztendigen Zweck einer revolutionären Situation oder revolutionärer Tätigkeitsprozesse, sondern zum Zweck der Poesie. Poesie ist für die SI der Titel für geäußerte radikale Bedürfnisse oder Begierden, die eben auch diese Fähigkeitsentwicklung dieser gesellschaftlichen Individuen abzielen. Das Poetische ist somit die Äußerungsform, in welcher Tätigkeiten oder Werke stehen, in welcher sich radikale Bedürfnisse artikulieren, das heißt Bedürfnisse, die auf disponible Zeit abheben und auf freie Entwicklung individueller Fähigkeiten. Zitat von der SI. Das Programm der verwirklichten Poesie ist nichts weniger, als deren Ereignisse und ihre Sprache gleichzeitig und auf untrennbare Weise zu schaffen. Entsprechend ist es für die SI, Zitat, Poesie ist die Poesie nichts, wenn sie zitiert wird, sie kann nur zweckentfremdet wieder ins Spiel gebracht werden. Also da ich jetzt nicht vorhab, poetisch zu sein, ist das, das ich hier ziehe, auch kein performativer Widerspruch. Auch wenn eine solche Programmatik, das bezogen auf den Zivilisationsbruch Auschwitz hinsichtlich barbarischer Volksmobilierten kritisch zu reflektieren wäre, worauf ja Stefan schon eingangs hingewiesen hat, und dass sich, wenn es sich als ein Programm, wenn es als ein Programm interpretiert wird, außerdem relativ utropisch anhört, bleibt jedoch insgesamt zu beachten, dass es sich hierbei um begriffliche Maßstäbe handelt, die aus den Glücksversprechen der Kunst und der bürgerlichen Gesellschaft selbst entnommen sind und an denen sich das Gegenwärtige zu messen hat. Das heißt, ein solches Programm stellt kein Utopismus dar. Weiterhin gilt, dass das politisch sein oder poetisch sein sich nicht vornehmen lassen, genauso wenig wie ein Revolutionärsein. In diesem Sinne spricht die SI auch davon, Zitat, dass es weder eine situationistische Malerei oder eine situationistische Musik, wohl aber eine situationistische Anwendung dieser Kunstmittel geben kann. Auch ging es der SI am allerwenigsten darum, sozusagen missionarisch, mit den Mitteln der Kunst die Welt verändern und das Leben ändern, wie der Surrealist André Breton in Anlehnung an Marx und Rimbaud gefordert hatte, sondern darum, Öl dahin zu bringen, wo Feuer ist, wie das späte Deboer sich ausgedrückt hat. Das heißt jedoch auch nicht, Feuer dahin bringen, wo Öl ist. Denn wenn kein Feuer da ist, schaffen auch die subtilsten künstlerischen Praktiken keine revolutionäre Situation, welche Marx als Situation bezeichnet hat, Zitat, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, Hikrodos Hiksalta. Dass immer nur im Nachhinein und dabei auch nur in politischen Handgemenge bestimmt werden kann, ob etwas politisch, künstlerisch oder subversiv ist beziehungsweise war, ist auch der Grund, warum eine gut gemeinte, engagierte Kunst sowie eine Politikform, die sich künstlerischer Praktiken bedient, wie wir sie etwa von den sogenannten Kommunikationsgerillieros her kennen oder von der Kunst des kreativen Straßenprotestes, beispielsweise politisches Straßentheater, Radical Cheerleading und all solcher Sachen. Dieser Such von vornherein, subversiv zu sein oder zu zündeln im Sinne von Feuer dahin bringen, wo Öl ist, hat letztlich immer etwas Tragisches an sich, wenn nicht gar etwas Peinliches. Mit dieser eventuellen Provokation möchte ich meinen Faden wählen. Vielen Dank. Die Geschichte der kunstmodernistischen Avantgarde ist die andere Dimension der Moderne, welche mit der Genesis des modernen Proletariats und dessen ersten politischen Bemächtigungsdurchbruch in der Pariser Kommune von 1871 ihr kulturelles Postulat in dem Wort von Rimbaud ausdrückt, il faut absolument moderne. Zwangsläufig ist mit dem Geschichtsbruch in der Modernen zwischen 1933 und 1945 der Bruch der Avantgarden geschehen, denn sowohl die politische, sprich kommunistische Avantgarde hat gegenüber dem Durchbruch der Konterrevolution versagt und angesichts der Exekution des völkischen eliminatorischen Antisemitismus in der Shoah nichts Wesentliches zu sagen gehabt. Ebenso haben die kunstmodernistischen Avantgarden angesichts des Ungeheuerlichsten einfach weitergearbeitet, indem sie so taten, als wäre das Proletariat noch in seinen vergangenen Gestalten da oder indem sie sich gänzlich vom Proletariat als solchen distanzierten und indem sie somit dem visionären kommunistischen Entgrenzungspostulat von Rimbaud höchstens den ästhetischen Leerlauf des rationalistischen sogenannten Engagements oder der irrationalistischen Darstellung des Undarstellbaren als vermeintlich nur Absurdes entgegengestellt haben. Die kritische Theorie, als deren Teil die Situationistinnen sich verstanden und die Situationistinnen haben sich teils höchst bewusst wie im Falle Adornos teils vorbewusst im Sinne von Freuds Traumbestimmung oder halbbewusst halb geblendet betäubt in der Traumatisierungsverdrängung angesichts der Katastrophe der einige der zumeist noch sehr jungen späteren Lettristinnen und Situationistinnen selbst nur knapp entgangen waren diesem irreparablen Bruch gestellt. Ich muss das noch mal deutlicher sagen teils hat sich die kritische Theorie im Falle Adornos höchst bewusst diesen Bruch gestellt teils vorbewusst unbewusst bis in die Selbstverblendung hinein wie es bei den Situationisten fraglos der Fall war. Der Geschichtsbruch Zivilisationsbruch und Revolutionsbruch ist von der Moderne als technologisch modernisierter Barbarei herbeigeführt worden als Kulmination des Fortschritts der Klassengesellschaft und nicht nur war nach der Massakrierung der Pariser Kommunen und der Errichtung des Preußisch-Deutschen Reichs auf ihren Trümmern zuerst die Chance der Verwirklichung der Philosophie beziehungsweise Theorie und der Poesie in der seit damals anstehenden kommunistisch-proletarischen Revolution verpasst worden sondern es war auch eine sozialdemokratisch bolschewikisch stalinistische Serie neuartiger Konterrevolution entstanden neuartig deshalb da sie im Namen und als Repräsentation des Proletariats und des Sozialismus und Kommunismus exekutiert wurde und im Gefolge der revolutionären Anläufe aus dem Ersten Weltkrieg heraus wurde auch das zugleich mit diesen Revolutionsanläufen ästhetische Neugeborene die Dada-Bewegung die Surrealismusbewegung vor allem in der Wiege erdrosselt es war allerdings ein langsames qualvolles Sterben mit vielen Aufbäumungen vor allem dann gegen die darauf folgende faschistische und nationalsozialistische Konterrevolution vor der sich die jungen Avantgarden entweder in die erstickende Umarmung der stalinistisch-bürgerlichen Volksfront oder des trotzkistischen Sektentums flüchteten die von André Breton gehütete Flamme der Revolution lodert wo sie will wie Breton sagte aber nach 1945 will beziehungsweise kann sie eben nur noch im Obskurantismus und in den Museen glimmen wie ein ewiges Lämpchen die ästhetische Erstgeburt der modernen Revolution ist längst verwest diese Avantgarde ist zur Arriere Garde zur Nachmut verkommen zum radioaktiven Kadaver wie es die Surrealisten selber nannten das ist es was bis heute am radikalsten gründlichsten und praktisch am konsequentesten womöglich sogar über Adornos Implikationen hinaus die kritische Theorie und Praxis der Situationistinnen begriffen hat das Steckenbleiben in der Kunstsphäre die Fixierung auf das Feld der Kultur verkennt und verdrängt das große Versagen der Avantgarden in Kunst und Kultur wie in der Politik der Revolution ja es beruht sogar auf dieser Leugnung und Verdrängung dieses Versagen wird in der situationistischen Avantgarde Kritik allerdings an der Niederlage der letzten großen Erhebung des Proletariats und der Landarmut in Europa 1937 in den folgenden Jahren im spanischen Revolutionskrieg festgemacht die ganz jungen Lettristinnen um 1950 die späteren Situationistinnen benennen also diese historische Konstellation diese Situation keinesfalls so klarsichtig wie der 30 Jahre ältere unter völlig anderen Bedingungen und mit völlig anderer theoretischer Ausrüstung kritisieren können der Adorno aber sie empfinden diese Katastrophe atmosphärisch bei Traumatisierungsausblendung des Katastrophenkerns und sie drücken sie dennoch ähnlich geschichtstheoretisch ernüchternd grausam gründlich sagte Marx drücken sie das aus wie der ebenfalls eng am Surrealismus orientierte Walter Benjamin es kurz vor seinem Tod kurz vor der Shoah in den Thesen über den Begriff der Geschichte getan hat ein Dokument das bereits 1947 in Frankreich bekannt geworden ist De Boer musste es kennen ebenso wie sein akademischer Lehrer Lefebvre dessen Kritik des Alltagslebens dann auch explizit auf Basis der Benjaminischen Passagenforschung an das Revolutionsproblem in der Moderne herangeht und der situationistischen Spektakeltheorie von daher wichtige Impulse gegeben hat die entscheidenden Impulse erhielten die präsituationistischen jungen Outcasts in Paris der Nachkriegsjahre von den Erinnerungen der geschlagenen Spanienkämpferinnen die dort lebten sowie von den Auseinandersetzungen um die stalinistische Hegemonie über die Resistanz und die neu entbrennenden Klassenkämpfe vor allem in der französischen Vierten Republik in der Ära des sogenannten Kalten Krieges und das Wesentlichste auch dann als der große Unterschied zu den anderen Abteilungen der kritischen Theorie im großen historischen Sinne bei diesen jungen Leuten sollte die Theorie Praxisbeziehung sein welche sie lebten in der ganzen Bedeutung von Marxens Begriff der proletarischen Lebenssituation an den Rand der kapitalistischen Gesellschaft gedrängt zu sein sich der Lohnarbeit als letzter historischer Form der Zwangsarbeit entweder unterwerfen oder verweigern zu müssen während diese Freiheit der Lohnarbeit bereits in spielerischen vor allem in ästhetischen Form Möglichkeiten so etwas wie also in negativer Form aber so etwas wie Travailattraktiv also anziehende Tätigkeit im Sinne des französischen Frühsozialisten Charles Fourier also in negativer Form in der kapitalistischen Produktionsweise bereits aufscheinen lässt das was Adorno als Paradoxie des Kunstgebildes nach Auschwitz bezeichnet prägt und spaltet deshalb genau die sich damals herausbildende situationistische Theorie und Praxis schon in der letteristischen Phase wird die Abkehr vom Bild die Kritik der surrealistischen Avangard und die Hinwendung zur dataistischen Destruktion der Wortsprache bei Konzentration auf der in kleinsten buchstäbliche Einheit radikaler denn je aufgesucht und zwar in engster Verbindung mit einem ganz bestimmten Stil der Theoriebildung der sich dezidiert als theoretische Praxis des rhetorischen Stils versteht und über die ästhetische Sphäre hinaus in die Gesellschaft eingreifend entwickelt demgegenüber versuchen währenddessen die unabhängig von der letteristischen Bewegung operierenden Maler und Architekten das Bild auch noch das Tafelbild aufzuheben durch Verfremdungen die seiner Zerstörung gleichkommen durch ein Aufbewahren im Rahmen der vernichtenden Kritik selbst hauptsächlich zu nennen ist hier Asger Jorn der mit seinem Mutter Jörgen Nasch im skandinavischen Untergrund gegen die NS-Okkupation gekämpft hatte und zwar gerade mit den Gestaltungsmitteln des Kunstmodernismus bis zur Abspaltung der Künstler aus der Situationistischen Internationalen ein Jahrzehnt später um 1962 63 ist damit der Konflikt um die Bilderkritik der treibende situationistische Widerspruch und daraus erklärt sich die spezifische Aufhebungsanstrengung die ebenso strittige wie unbestreitbare uneingeholte theoretische Leistung der Situationistinnen für die kritische Theorie bis heute die Spektakelkritik Also die Spektakelkritik können wir unmöglich hier auch nur in der Nussschale darstellen Die eigentliche Steigerung der Kritik der politischen Ökonomie dürfte als Fetischismustheorie mit der Spektakeltheorie in der modernen erreicht sein Es gibt aber viele Ansätze vor den Situationisten in der Geschichte der kritischen Theorie Die Marx'sche Kritik des Warenfetischismus und seiner weiteren Gestaltungen Ich nenne nur die kreditachische Formel Ende von Kapital 3 Also die Schachtelung der verschiedensten Fetischgestalten mit der Warenfetisch Kerngestalt als Wurzel in eine Bilderkritik die also mit der Wertspiegeldimension mit der Rückspiegelungsdimension überhaupt mit der Spiegelverkehrung im Fetischistischen Produktionsverhältnis als modernen Kapitalismus einhergeht auch auf der Bilderebene zu analysieren und auch als Produktion von Bildern Deswegen geht die Warenproduktion mit Bilderproduktion einher mit verkehrenden Spiegelbildern oder Hieroglyphen nennt es Marx und diese Dimension ist gerade da wo sie geradezu explodierte oder zum ersten Mal ganz sinnfällig augenfällig wurde nämlich ungefähr in den 20er Jahren in der urbanen Region Europas und der USA Westeuropas und der USA vor allem aber auch im Gefolge der russischen Revolution und der Avantgarde Bewegungen in der russischen Revolution allerdings auf zwei Entwicklungsrichtungen die da später als diffuses und konzentriertes Spektakel bezeichnet wurden sie schließlich zum integrieren spektakulären vereinigten nach der Spektakletheorie in ihrer Entwicklungsform bei Gebebordern da geht es immer um die um eine materialistisch historische Imagologie und die wurde bereits von Mitarbeiterinnen der kritischen Theorie wie etwa Siegfried Krakauer die Angestellten Adorno etwa zu nennen dann nicht nur das Kulturindustrie Kapitel mit Horkheimer verfasste Dialektik der Aufklärung sondern dann auch die psychologische Struktur der faschistischen Propaganda und derartige Arbeiten und sehr maßgeblich von Benjamin mit seiner etwa These der Ästhetisierung des Politischen wo die Massen sich selbst in Massenwahn Organisierung und Krieg bei ihrer Selbstzerstörung anderer Teile der Massen zu schauen und so weiter da wurden diese Ansätze schon gelegt mehr können wir zur Spektakelkritik erst nicht sagen das können wir nur langsam in einzelnen Momenten und Aspekten im weiteren entfalten Die spektakuläre Bilderproduktion ist von der kapitalistischen Warenproduktion keinen Moment ablösbar Das Spektakel ist ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen wobei durch die Versachlichung und Verbildlichung das gesellschaftliche Verhältnis als Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen verboten wird Basal und letztendlich ist das Spektakel als getrennte Produktion und Produktion von Trennungen zu charakterisieren und in diesem Sinne die Proletarisierung der Welt als die Trennung der Produzentinnen von ihren gesellschaftlichen Lebensbedingungen und die Subsumption der Individuen unter die Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit unter die Norm ihrer Charaktermasken und Role Models Was aber folgt daraus für die situationistische Aufhebung der politischen und künstlerischen Avantgarden auch und gerade sie werden Begriffen und angegriffen als spiegelverkehrte Bilder der wirklichen Bewegung und damit ist bekanntlich materialistisch historisch der Kommunismus der kein Ideal ist bezeichnet ebenso wie die Linken und ihre Avantgarden insgesamt angegriffen werden insoweit als sie ein bloßes Idealbild darstellen und reproduzieren nach welchen die wirkliche Bewegung gemodelt werden soll eine materialisierte Ideologie objektiviert und sedimentiert in Scenes und Szenen Apparaten Institutionen und politischen wie kulturellen Maschinen die sich von den sie treibenden Produzentinnen getrennt haben und diesen nun als hegemoniale Diskurse und ideologische Staatsapparate um den heutigen Linken verständlich zu bleiben kurz in Gestalt von Repräsentationen gegenüber treten Insoweit die Rolle dieser Repräsentationen beziehungsweise Repräsentanten wie kommunistischen Parteien und Künstler Avantgarden angesichts ihres historischen Versagens als Avantgarden obsolet geworden war bedeutete dies allerdings keineswegs dass sie als solche in der wirklichen Bewegung aufgehoben worden war deshalb gingen Lettristinnen wie Situationistinnen immer zugleich von der Notwendigkeit aus die historischen Aufgaben die gesellschaftlichen Funktionen von Avantgarde sowohl in der politischen wie in der ästhetischen Sphäre aber nicht allein in diesen als getrennten Sphären sondern in der Totalität wahrzunehmen und zu erfüllen so erklärt sich auch der vermeintliche tatsächlich ironisch als Dienmittel eingesetzte Größenwahn der sie befähigte sich jeweils als internationale zu konstituieren anstatt etwa als weitere national beschränkte Parteien und mit kulturrevolutionären Projekten wie städtebaulichen Plänen und Modellen hervorzutreten gerade diese Projektemacherei der Künstlerphase der Situationistischen Internationale von 1957 bis 1962 endete mit dem Abgang der Künstlerinnen als Professionals Bezeichnenderweise wurde als offizielle Objektivation der Situationistischen neuen Aktionsformen in Politik und Kunst schließlich nur eine Entwendung oder Zweckentfremdung der Pop-Art realisiert Dies war 1963 als Ausstellung von Antikunstexperimenten im Rahmen einer politischen Kampagne gegen das Atombombenschutzbunkerbauprogramm RSG 6 und erklärtermaßen als Bestandteil einer Zerstörungsbewegung gegen diesen Bunkerbau Die Ausstellung der antikünstlerischen SI wurde selbst in einem Bunker in Dänemark platziert der kurz darauf mitsamt der meisten situationistischen Exponate von Armee und Polizei zerstört worden ist Diese erste und letzte situationistische Entäußerung antikünstlerischer postabungadistischer Kreativität und Energie war vor 1968 war betitelt mit Destruction of the RSG 6 Zu diskutieren wäre genau ob die SI durch ihren Aufhebungsversuch ins vermeintlich infantile Spiel auf dem Terrain der ästhetischen Objektivationen und auch noch auf dem Terrain der politischen Agitation wie sie es in diesem Interview am Beispiel von Michel Bernstein Zellief Plastik nennen der von Adorno theoretisch ausgesprochenen Paradoxie praktisch besser entsprochen haben dass Kunstwerke nur nicht mehr möglich aber umzudringlicher nötig seien soll der radikalsten Kritik am katastrophalen bestehenden beziehungsweise so weitergehenden adäquater Ausdruck geschaffen werden solange keine revolutionäre Klasse des Bewusstseins dies tut die Besonderheit der Situationistinnen sehen wir in ihrem Theorie Praxisbezug der wiederum durch ihr eigentübliches Postulat des Vergessens ihr sozusagen Ausblenden ihrem Sprachstil der Auslassungen gekennzeichnet werden kann hinsichtlich der Geschichtstraumata was einer Bilderlosigkeit fast gleichkommt oder sogar einem unbewusst halbbewussten Bilderverbot angesichts dieser Traumata es ist das zäh festgehaltene oberste ethische Postulat der Situationistinnen die Kohärenz das ist hier auch in diesem Dokument im Kern ein schwieriger eigensinniger oder um es mit Hegel zu sagen außerordentlich harter Begriff Kohärenz der wiederum an ihrer Aufhebung der Avantgarde Rolle deutlicher werden kann alle diese bisher besiegten Formationen oder Kontingente der Klassenkämpfe von denen wir in dem Dokument vorher über die Ausstellung und Interview gehört haben also die Rückkehr der Bande Bonneau so eine Art Robin Hood artige Bande in den 20er Jahren der Sieg der Pariser Kommune der Sieg der Arbeiterräte in Budapest der Sieg des Bauernkrieges und so weiter solche Plastik artigen Popart Entwendungsreliefs die alle zerstört worden sind alle diese bisher besiegten Formationen oder Kontingente der Klassenkämpfe die hier zitiert oder angerufen werden des Klassenkrieges sind keine Avantgarden mehr oder waren es nie weder die Pariser Kommunardinnen noch die Bonobande sie stellen sich in der Gegenwart der Moderne als das Gegenteil dar als das was in der Kriegskunst schon bei Klausewitz als Enfant perdu bezeichnet wird wörtlich verlorene Kinder militärischer Ausdruck als verlorener Haufen für die Kontingente die hinter den Linien der Sieger als eine Art versprengter Partisaneneinheiten von den Hauptlinien der eigenen Streitmacht abgeschnitten sind und doch deren keineswegs unbedeutender Bestandteil sind diese Enfant perdu sind also keineswegs Ariergarde oder Nachtrab sondern sie operieren auf Leben und Tod auf dem vom Feind besetzten beherrschten Terrain sie sind im Gegenteil gezwungen alle Aufgaben deren Avantgarde wahrzunehmen so gut sie können aber unter völlig neuen Bedingungen und auf eigene Faust also ohne einen Generalstab der sie kommandiert die Situationistinnen bemühen oder entwenden sogar einmal ausnahmsweise den bekannten maoistischen Vergleich von dem Bild das Bild von den Fischen im Wasser denn die zunächst gegebenen also die kämpfenden Kontingente müssen sich in der Bevölkerung wie die Fische im Wasser bewegen können denn die zunächst gegebenen Trennungen von den weniger bewussten das heißt wenig oder gar nicht auf die Praxis der Theorie oder theoretische Praxis hin organisierten Leuten die Trennung innerhalb der Klasse der Proletarisierten und Pauperisierten gilt es allererst zu beseitigen diese Aufgabe versuchten die Enfant perdue der SI zu lösen durch eine ganze Konzeption und Technik des Anknüpfens und Ansetzens am gesellschaftlichen Unbewussten wie Vorbewussten also an dem was Walter Benjamin das Traumkollektiv nannte oder den Traumschlaf des Proletariats die Situationistinnen nannten dieses Ensemble von Techniken die Kohärenz des Materiellen und Kulturellen wie Psycho-Mentalen Lebensprozesses das sind die haben das von Marx Lebensprozess in der erlebten Totalität des kapitalistischen Überlebensalltags zur Geltung zu bringen also dieses Ensemble von Techniken und dieser Kohärenz zur Geltung zu bringen nannten sie Psychogeografie diese Kohärenz wäre die wahrhaftige Darstellung Ausdruckgebung der Wirklichkeiten und Möglichkeiten der realistischen Dynamis einer verlogenen sozusagen gefälschten in den Bildern der Gesellschaft des Spektakels verkehrt abgespiegelten und verflüchtigten Totalität schon die hier kurz vorgestellten Anti-Bilder der Destruction Ausstellung sind psychogeografische Vergegenständlichungen indem sie die Irrrealität der geschichtlichen Möglichkeiten als vorerst nur ästhetische Verwirklichung der Träume vom Sieg der Pariser Kommune und so weiter evozieren damit beseitigen sie zugleich im Akt einer Rezeption Totalität die Trennung der gegenwärtigen von jenen noch immer von der Geschichte abgehängten verlorenen Kontingenten des weitergehenden Klassenkriegs das Unabgegoltene der Kämpfe jener Vorläuferinnen wird in die Kohärenz mit dem Unabgegoltenen der immer noch klassengesellschaftlichen Gegenwart gefällt eine momentane aktualisierende Diskontinuität eine Stillstellung des Geschichtsverlaufes der Sieger der herrschenden Klassen wird so träumend spielerisch aber doch in hellwacher ironischer Bewusstheit hergestellt sie soll nicht von Dauer sein sie ist nicht für die Museen bestimmt sondern wird irgendwann vom Feind zerstört oder rekuperiert sie ist nicht in einer Sphäre wie der Kunst Kultur ihre Experimente können vielleicht als Anregung dienen oder als zu korrigierende aktualisierende Plagiate aber wiederholen lassen sie sich nicht die SI hat sich dann auch rasch über diese Experimente hinausbewegt sie betitelte ihre programmatische Abhandlung vier Jahre später zu 1967 dann schon unzweideutig Zitat die Situationisten und die neuen Aktionsformen gegen Politik und Kunst Ab Mitte der 1960er Jahre wurden verstärkt Comic Zweckentfremdungen eingesetzt das Hauptgewicht lag auf dem Wort der Vermittlung zunächst purer Theorie deskriptiv negatorische und provokatorische Aktionsformen tragen mehr und mehr in den Vordergrund genannt seien hier der Straßburger Skandal die ganzen Entwicklungen bis dann in Nanterre 1968 Ab der Besetzung der Storbon 1968 mit welcher die proletarische Bewegung der Fabrikbesetzungen und so weiter im Mai 1968 in Frankreich ausgelöst wurde schlug dann die initiatorische Rolle situationistischer Wandbeschriftungen von Comic Zweckentfremdungen und purer massiver Theorieabitation in eine massenhaft praktizierte Graffiti Bewegung um Insgesamt verschob sich die experimentelle ästhetische Praxis oder Antikunstpraxis der SI immer entschiedener weg vom Bild hin aufs geschriebene Wort so können wir zusammenfassen mit dieser Entwicklung ging aber eine Ausdehnung der Alltagskritik in der Form der Architekturkritik und des sogenannten unitären Urbanismus oder unitären Anti-Urbanismus auch genannt sprunghaft seit 1963 einher diese ist wieder nur mit der Psychobiografie zu erklären deren Konzeptionen und Formen hier leider nicht im einzelnen Gegenstand unserer Darstellung sein können vielmehr muss nun das Bild der SI selbst ihr gefährliches Spiel mit den Spektakeln in ihrer Zeit überprüft werden und schließlich ihre Selbstzerschlagung 1972 erklärt werden weil die Situationistische Internationale zuletzt selber zum spektakulären Bild von einer vermeintlichen Avantgarde geworden ist Fassen wir vorläufig zusammen die Psychogeografie ist jede situationistische Methode mit welcher angesichts des wirklichen geschichtlichen Buchs angesichts der wirklichen Diskontinuität von Avantgarde eine kommunistische wie sie sich selber bezeichnete Theoretiker und Experimentatoren Gruppe im Proletariat die Avantgarde Funktion aufzuheben versucht weil sie sowohl in der alten Form unmöglich als auch in einer noch zu findenden Form mehr denn je notwendig ist vernichtet werden muss Avantgarde als getrennte Organisierung als politische Repräsentation der Klasse als künstlerisches Sphäre der Bilderkroduktion die falsche Kontinuität den mythischen Leerlauf der Wagen als Bilder Bilder als Wagen muss sie stillzustellen versuchen als Enfant Percu können die Theoretikerinnen die Experimentatorinnen mit dieser Stillstellung beginnen indem sie einzelne spektakuläre Bilder zerstören sprengen mit der strategischen Absicht und Konsequenz dass das Gesamt Selbstporträt der kapitalistischen Wagen Totalität durch die ungeheure Mehrzahl selbst im Interesse der ungeheuren Mehrzahl als Klasse des Bewusstseins gesprückt werden kann die Situationistinnen die situationistischen Neokommunistinnen nennen diese Strategie Konstruktion von Situationen Alle zu konstruierenden Situationen im Alltagsleben haben die strategische Ziel- und Zweckbestimmungen das zu konstruieren was Marx die moderne Revolution nennt das heißt weiter Marx bis die Situation geschaffen ist die jede Umkehr unmöglich macht Die Geschichte der klassengesellschaftlichen Trennungen so des werden Trennungen zwischen Ökonomie Politik Recht Staat und Kunst Kultur Wissenschaften die Trennung zwischen Praxis und Theorie und dies kann heute hinzugefügt werden und gegen den Bewusstsein und der Praxis der Situation ist fast gänzlich ab ganz basal natürlich die Trennung des menschlichen Geschlechts entlang Sexes Gender Fixierungen die Subsumption der Individuen unter den Normen dieser Trennungen diese gesamte Trennungsgeschichte versuchen die Situationistinnen aus dem Hier und Jetzt das Lohnabhänge Überlebensalltags heraus theoretisch in Frage zu stellen und partiell in antispektakulären Situationen praktisch zu unterbrechen zu durchbrechen dabei entwerfen sie eine Taktik der Stützpunkte die sogar mit dem Katastrophismus spielt die Frage was was geschieht in den ersten Minuten und Tagen einer Revolution wenn die Theorie zur materiellen Gewalt wird sobald sie die Massen ergreift oder situationistisch formuliert wenn die theoretische Praxis zur Theorie der Praxis großer proletarisierter Menschen Massen wird wenn die Praxis der Theorie in Theorie der Praxis umschlägt diese Frage ist vom Proletariat in Frankreich im Mai 1968 anders beantwortet worden als sie in Deutschland je beantwortet worden ist oder beantwortet würde die kritische Theorie Agornos und die der Situationistinnen ist von diesem Unterschied zutiefst geprägt nach allem was an Kritik an den existierenden historischen Avantgarden bereits von der SI geleistet worden ist muss das irritieren es kann nur dann begriffen werden dass relativ umstandslos eingesetzt wird von Gidebor im Fall und Saminetti im letzten Dokument der SI bei ihrer Auflösung 1972 wenn die ganze Ambivalenz der Situation in der sich die Situationisten in ihrer Zeit fanden gesehen wird nämlich dass diese Rolle Aufgaben einer politischen und ästhetischen Avantgarde trotz deren Ende selbst noch wahrnehmen zu müssen als auch von Perdue obwohl sie damit heillos überfordert waren wie jede andere Gruppe von Experimentatorinnen und Theoretiker innen dies dennoch tun zu müssen in neuen Formen in neu zu erfindenden Formen nur als eine Bewegung der enteignenden Aneignung und als eine Bewegung der Experimente mit Entwendungen und mit in diesem Sinne aufgefassten Stützpunkten Bildungen in Kultur in den Räumen in den urbanen Räumen wie etwa auch fliegende Universitäten und Untergrund Universitäten nennt man es ungern aber die Studentenbroschüre der SI bezog sich darauf dass es so etwas in den USA gegeben hatte die Broschüre oder das Studentenmilieu und versuchte diesen wiederum zu entwenden gegen Universität als ein Staatsapparat dies alles in einer Beschleunigung der Konstruktion von Situationen gefasst strategisch zugleich als Stillstellung im Sinne von Walter Benjamins Notbremse eine Produktionsweise die sich als Barbarasierung und Technisierung zugleich zu überschlagen droht und überschlug es war ja in der Phase des Kalten Krieges Kubakrise und eben ständige gegenseitige Mutual Assured Construction nannte als später atomare Vernichtungsdrohungen der beiden Blöcke kapitalistischer Macht und in dieser Situation ist zu überprüfen ob in der Strategie der Bemächtigung die sozusagen eine Avantgarde dem Proletariat vorschlagen muss eine Avantgarde die keine sein kann und in einer Bewegung wie sie dann im Mai 68 tatsächlich als eine blitzartige kann man sagen Bemächtigung aus dem Nichts scheinbar heraus der großen Schlüsselzonen der französischen Wirtschaft Wahrheit zu werden schien Wirklichkeit zu werden schien dass dies einen Widerspruch bezeichnet zwischen der Notwendigkeit der Stillstellung als Griff nach der Notbremse im Adornische Adornische und so weiter und Theorie und Praxis wie die Situationistische hinterlassen und sich und uns gestellt haben dieses Problem ist also mit dem Problem der Stillstellung zu bezeichnen in der geschichts- und revolutionstheoretischen Fragestellung und mit der ästhetisch- begrifflichen Fragestellung was die von Benjamin gefunden in der Formulierung das dialektische Bild zu konstruieren als revolutionäre Methode nicht irgendwie ein Bild ein anderes Bild sondern als eine Methode die Konstruktion des dialektischen Bildes welche Destruktion voraussetzt was das vor allem als Methode von Theorie und Praxis Verbindung bedeuten kann der Theorie und Praxis Situationen zu konstruieren es gibt hier zwei Richtungen eine gut gemeinte anarchistisch gegen das eher eine Gehäuse im Sinne der Staatlichkeit gerichtete eher Pseudodialektik aus Mythos und Logos die aber beide nicht aufheben kann in der Kritik der Dialektik der Aufklärung erreichen kann wie sie einmal gesetzt war und auch nicht als Mythos Kritik der Mythos ist der Todfeind wie bei Benjamin so ein Passagenwerk auch bezeichnet hatte aus dem der Wahrheitskern sozusagen durch Sprengung des Lügen Mantels herauszusprengen sei da gibt es sehr wenige Vermittlungsversuche heute in der Politik sowieso nicht aber in der in der Kunst und Kultursphäre kann man lange danach suchen dass überhaupt begriffen wird was das Problem ist und dies aufzuheben mit der Methode Dialektisches Bild bedeutete und darauf haben diese Wörter sind sich auf ihre Art auf jeden Fall eingelassen das bedeutet Theoriepraxis als Domäne der Gefahr in aktueller und das heißt aktualisierender Gefahrenkonstellation ist dies nur möglich also in den Klassenkämpfen und damit ist mit dieser Methode Dialektisches Bild und mit dieser Theoriepraxis als Domäne der Gefahr ist das Feld der realen Klassenkonflikte bezeichnet wie wir sahen haben die Situationistinnen das Ungeheuer Liste der Geschichte gewissermaßen in einen blinden Spiegel gebannt in dem sie die Geschichte der Klassenkämpfe vor und nach ihrem Bruch vor und nach der Schiffre Auschwitz wie diesen Bruch bezeichnet durchaus als gebrochenes Kontinuum behandelten aber die genaue Bruchstelle diesen Abgrund Absturz der ganzen Gattungsgeschichte und der Moderne der Revolutionsgeschichte selbst ausblendeten um mit dem Blick hinein nicht der Lähmung zu verfallen sie entrichteten dafür vielleicht den Preis einer Regression ins 19. Jahrhundert sie sagten das ist die einzige Bewegung die Arbeiterbewegung in dem 19. Jahrhundert die einzige Bewegung deren Rückkehr wir wünschen und zugleich den Preis der Flucht nach Form um so schnell wie möglich wie sie wiederum sagten das 20. Jahrhundert zu verlassen dafür haben sie jedoch den Spiegel selbst das Spekulum der modernen kapitalistischen fetisch Totalität theoretisch zerschlagen sie haben das verkehrte Bild dieser Gesellschaft die Ideologie und Religionsform aufgedeckt und die erste Offensive auf die Besetzung des materiellen Lebensprozesses durch die Akkumulation der Toten aufgehäuften Waren Bilder eröffnet dies nannten sie selbst psychobiografisch die Entdeckung der Nordwest Passage der Revolution die im 20. Jahrhundert noch ausgestanden hat diese letzte avantgardistische Leistung wäre demnach von einer Handvoll Enfants Perdus vollbracht worden da der allgemeinen Unerwartete von der SI allerdings jahrelang zuvor vorausgesagte und maßgeblich mitinitiierte Ausbruch einer proletarischen Massenerhebung die 1968 in Frankreich innerhalb weniger Tage und Wochen die Schlüssel zogen der Wirtschaft besetzte und die Staatsmacht an den Rand ihrer Auflösung trieb dieser Strategie Theorie und Praxis der SI vor aller Welt recht zu genießen verwandelt es sich nach dem Rollback und schließlichen Rückzug jener proletarischen Erhebungen aufgrund ihrer weitreichenden internationalen Ausstrahlung und weitergehenden Subversion vor allem in Italien bis Mitte der 1970er Jahre das Bild der SI selbst in ein mythisches ihre Konzeption und ihre Techniken wurden rasch prosituationistisch verharmlost zerstückelte zerstückelte im Resultat und funktionieren in Politik und Kultursphäre entlang folgenden Thesen hast hier nur zu gebenden Stichworten Das Stichwort Rekuperation also wäre heute in zwei Spielarten in seiner Resultat und seiner Entwicklung zu benennen und zu skizzieren erstens als ein historistisches Tun ein Einfrieren des Bildes vom Situationismus ein Ismus mehr brauche ich dazu nicht zu sagen Situationisten haben diesen Ausdruck Situationismus von Anfang an explizit und immer wieder als eine Terminologie der offenen Feinde der situationistischen Revolutionsraxis und Theorie bezeichnet wird trotzdem Schmöle immer wieder missachtet vor allem Kunstbetrieb man spricht versprüchlich vom Situationismus also dieser historistische Einfrierung des Situationismus ist Pro Situationismus wie es dann später von der SE weiter Analyse bezeichnet worden ist und zweite Variante dieser Rekuperation gerade heute ist die Entwicklung das fing schon mit Jahrmarktstreiben und Bärenführer Subversion sozusagen in den Fußgängerzonen sehr frühzeitig in den 60er Jahren an aus dem aus der Abspaltung der Künstler aus der SI vor allem in Skandinavien das hat sich entwickelt zu einem offen erklärtermaßen antidialektischen nomadisierenden Spiel des Politik und Staatsfetischismus zu einer Pseudosubversion des Kunstdings im realpolitischen Geschäft es ist das professionelle der professionelle Switch eines Spiels von Hase und Igel zwischen den festgehaltenen Sphären Politik und Kultur Es dient ganz klar dem Distinktionsgewinn von Führungskräften im ehrenden Gehäuse von Kunstkultur einerseits Politik andererseits und ihren Versuchen beide festgehaltenen Sphären als solche miteinander zu vermitteln Der Prüfstein ist also unterstrich die Frage zur Staatlichkeit oder Antistaatlichkeit Es handelt sich in der Diagnose der SI beim Prosituationismus und bei seiner Rekuperationsleistung das Bild der SI zu besetzen im Nachhinein historistisch oder eben in der pseudosubversiven aktuellen Form das Bild zu besetzen zu benutzen umzudrehen zum Situationismus Anhängsel von Kunst und Politik zu machen handelt es sich um staatlich garantiertes Denken und sogenanntes Engagement des Typus eines Sozialtypus der als Idealtypus auf Nietzsche zurückgeht des sogenannten Künstlerphilosophen weil dieses Phänomen als soziales zeitgenöses Phänomen so sehr stark entwickelt auch um 2000 herum und seitdem rasant durch den Absturz auch großer Teile der Lohnabhängigen ökonomisch verweisen wir auf den Beitrag von Bayer in dem Bändchen das wir hinten auf den Tisch gelegt haben von Regat und anderen Kunstgesellschaft Spektakel über die Bewegung der Kulturprekären in Frankreich das war auch glaube ich als das wie in der Jungle World zu lesen dort zur Form da wird es genau geschildert am Beispiel dieser Schicht die Geschichte dieser Rekuperation man muss immer das situationistische Diktum behalten vor Augen behalten recuperiert wird nur wer es will diese Geschichte möchten wir deshalb kurz sehr kurz beleuchten am Beispiel der Urbanismus Kritik der Situationisten die SI Begriff Architektur als getrennte Sphäre die von den Proletariern produziert wird und die sich dann gegen sie wendet sie produzieren ihre Lebenswelt als Eigentum der herrschenden Klasse und sind sich ihrer selbst als Klasse nicht bewusst ihre Nichtkontrolle der gesellschaftlichen Raumzeit wird festgeschrieben sie finden sich darin eingebaut und damit ihre proletarische Lebenssituation als Versteiner in der sie zunächst nicht selbst aktiv eine Situation konstruieren können die Psychogeografie ist dementsprechend als Methode negatorisch direkt auf die architektonische Stadtlandschaft gerichtet um zu erkunden wie die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zu klingeln sind sie erforscht den materiellen Lebensprozess der Menschen in seiner sedimentierten urbanistischen Konkretion so wie Marx die Industrie als das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte bezeichnet hat und damit als die basale sinnliche Grundlage für eine historisch- materialistische Psychologie wenn sie so Marx eine reelle Wissenschaft werden es geht darum die Totalität dieser vergebenständlichen Lebensverhältnisse zu erkennen um die Möglichkeiten einer konkreten Aufhebung der Selten zu finden die Psychogeografie schließt den Traum von einer Sache ein der sich in den dinglichen Objektivationen den Konstruktionen der menschlichen Baumeisterinnen als gebrochenes gesellschaftliches unbewusstes ausdrückt deshalb entwarfen die Situationistinnen eine psychogeografische Karte der unerschlossenen Zonen des proletarischen Bewusstseins so wie schon Walter Benjamin in seinem Passagenwerk versucht hatte den wie er es nannte Traumschlag des Proletariats in Paris des 19. Jahrhunderts als fragliegendes revolutionäres Bewusstseinspotenzial zu deuten das in der Pariser Kommune kurzzeitig über die Schwelle des gesellschaftlichen Erwachens trat in der bewussten gesellschaftlichen Bemächtigung der Produktionsbedingungen und der Zertrümmung des Staates Damit nahm also die Situationistische Internationale wieder auf mit diesem psychogeografischen Programm das jetzt öfters erwähnt worden ist ohne dass wir im Einzelnen darauf eingehen dürfen nahm sie wieder auf woran bereits in der Urbanismuskritik oder in der nach vorne treibenden urbanistischen Theorie und Praxis der SI als unitären Urbanismus bereits Anfang Mitte der 50er Jahre eines der SI Gründungsmitglieder der späteren SI Gründungsmitglieder Asker Johan gearbeitet hatte das Mouvement pour un wie heißt es Mouvement International pour un Bauhaus Imaginist also die internationale Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus hier kann nur kurz skizziert werden erwähnt werden dass diese dieser Bezug auf das Bauhaus ein unglücklicher blieb in dem Maße wie die wirklichen Erneuerer oder Fortsetzer der Bauhaustradition um Max Bill damals so sahen sich jene Kontaktaufnahmen zu den damals vor allem in Skandinavien weilenden aktiven Resituationisten Masker Johan und sie dazu aufforderten eine gemeinsame Aktivität zu entwickeln um diese Bauhaus Tradition in modernisierter Richtung auch subversiv aufzunehmen aber gerade das war eine Illusion es handelt sich nicht um eine subversive Neuerfindung der Bauhaus Tradition imaginistisch das heißt quasi psychobiografische Richtung sondern es handelt sich nach der nach der dem Eindruck den Asker Johan und andere von Max Bill Auffassungen hatten um einen Funktionalismus und einen extremen auf Technologie und man könnte sagen Technokratie Vorstellungen verpflichteten Stilwillen der dort Gestalt annahm die Vorstellungen auch eines Bauhaus imaginist wo es keine Rollen von Lehrern und Studierenden gibt wo alle die daran mitarbeiten sollten zu bestimmen hätten was geschieht und das ausdiskutieren und umsetzen wurden auch in diesem Max-Bill'schen Konzept nicht berücksichtigt nach Auffassung von Asker Johan so dass das scheiterte und schließlich war aber auch ein ja der Punkt wäre gewesen dass die Kreativität die in der Asker Johan Vorstellung die Hauptrolle spielte bei der Aufhebung von Kunst dort auch die Chance gehabt hätte in der Max-Bill'schen ja Konzeption die zweite SI die etwas später entstand also zehn Jahre später kann man etwa sagen 1963 die skandinavische wo Asker Johan schon auch keine Rolle mehr spielte aber der Bruder von Asker Johan Jörgen Nasch hat sich da hat dann die Kreativität wiederum in eine sehr neokünstlerische Richtung zu führen versucht hat auch keine lange Lebensdauer und wurde von der Situationistischen Internationale weiter in eine antikünstlerische Richtung damals sich entwickelte einfach als Nationalsituationismus bezeichnet die Gruppe Spur der Schwabinger Hauptsinn Schwabinger Künstler und Maler die sich mit dieser zweiten Situationistischen Internationale fusioniert hatten oder auch eine treibende Kraft dafür waren wurden ebenfalls damals Anfang der 60er ausgeschlossen in den Jahren des Übergangs von ihrer künstlerdominierten zu ihrer revolutionären Phase machte die SI in Amsterdam 1959 ihr Büro für einen unitären Urbanismus auf das Anfang der 1960er Jahre in Brüssel die situationistische Kritik des Urbanismus auf Grundlage eines Elementarprogramms ausarbeitete die Konzeption des Derive La Derive das Umherschweifen könnte man zu übersetzen als antizipatorischer Forschungs- und Lebensweise revolutionär assoziierter Menschen in Zeiten einer Windstille der Klassenkämpfe in der urbanistischen Moderne Diese Konzeption geht maßgeblich zurück auf den Lettristen und Situationisten Gilles Yvain auch den Namen Ivan Steglov bekannt und diese Psycho-Geografie Konzeption als Derive wurde in dem Bericht über den Urbanismus 1953 von ihm zum ersten Mal umfassend formuliert Ivan Steglov oder Gilles Yvain gilt als Erfinder dieses Zugangs zu der Nordwest-Kassage der Revolution in psychobiografischer Dimension Für die Lettristinnen wie für die späteren Situationistinnen formulierte er wegweisend Der Ausgangspunkt des Traumes liegt in der Wirklichkeit und in ihr verwirklicht er sich In diesem Kontext bedeutet Konstruktion von Situationen das Experimentieren in dieser Richtung als bewusstes Kollektiv Was natürlich an Grenzen stößt Wir reden über die Sphäre der Architektur in den Stadtlandschaften weil der Raum von den Polizeikräften letzten Endes von der Staatsgewalt beschützt wird Er wird aber auch schon zugerichtet durch den Blick der herrschenden Klasse allein schon durch die Organisierung dieses Blicks auch technologisch einer Klasse die über die technologischen Mittel zur Selektion der raumzeitlichen Informationen verfliegt Wie du den Raum siehst und was du siehst hängt von den psychogeografischen Aneignungsbedingungen im Klassenkonflikt ab Wir nennen hier nur das Stichwort Augmented Reality als eine solche neue Technologie Form Wir benennen es als Beispiel für Rekuperation von oben Also die Vermessung durch Leuchtung durch Dringung der Räume im Sinne der Überwachung im umfassendsten Sinn Als Rekuperation von unten jetzt nur kurz einige thesenhafte Stichworte zur sogenannten Anti-Globalisierungsbewegung Die Anti-Globalisierungsbewegung ist das aktuelle Spektakel der gesellschaftlichen Opposition und Subversion Warum? Statt das Kapitalverhältnis auf seinen Begriff zu bringen das setzt einen langwierigen kooperativen Arbeitsprozess vieler kritisch revolutionärer Menschen voraus die sich durch Klasse des Bewusstseins organisieren entlang diesem Prozess der Kritik Statt also das Kapitalverhältnis auf seinen Begriff zu bringen vermeidet die Globalisierungskritik jede Kritik des privaten Klasseneigentums an den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen Sie vermeidet es von Klasse überhaupt zu sprechen vermeidet es von Staatsgewalt zu sprechen im Zusammenhang mit Klassenkämpfen und zieht der Aufgabe einer Selbstorganisation der Proletarisierten zur Klasse des Bewusstseins die Rede von der Multitude der Identitäten und das Konzept des politischen und kulturellen Nomadisierens vor Gegen die Freisetzung der ästhetischen Potenziale der Proletarisierten im Kämpfen und Experimenten um Aneignung der gesellschaftlichen Raumzeit setzt die Antiglobalisierungsideologie aus Funktionieren Aktivismus als Spezialistentum von kulturarbeiterischen also sozialarbeiterischen Repräsentantinnen und Vergemeinschaftung nach der Devise Stadteinzelkünstlerinnen Communities Die Aktivierten sollen wie Lenin es der Parteiliteratur verordnete Rädchen und Schräubchen der linken Apparate werden oder aktualisiert in Gerald Raunig's Republic Art Manifesto Es gelte die Menschen politisch so zu mobilisieren und einzubinden mit dem Schlusszitat aus Deleuze Anti-Oedipus dass revolutionäre Maschine Kunstmaschine und analytische Maschine wechselseitig Bestandteile und Räder voneinander werden Statt Kunstkonsum verlangt der Antiglobalisierungsaktivismus gebieterisch von den Leuten Partizipation als Politisierung in Permanenz So eine angestrebte Choreografie vor allem in den sogenannten Innenstadtkampagnen und der durchorganisierten Bewegung des Reclaim the Streets wird wohl am deutlichsten im Kommandoton des Titels eines deutschen Buches kenntlich das diese Art Subversion in ihrer ganzen Spektalbreite zur Darstellung bringt Go Stop Act Im Gegensatz zu den situationistischen Intentionen geht es den Antiglobalisierungsbewegungen nie um die Aufhebung der Trennungen zwischen den Menschen der gesellschaftlichen Sphären Klassen Role Models und insbesondere der Trennungen des Geschlechts sondern immer nur um die ständige Neuverhandlung differenter Positionen Identitäten und Differenzen um mit Hegel zu sprechen einander bedingende Reflexionsbestimmungen werden hier ebenso dualistisch einander entgegengesetzt wie in beliebiger Austauschbarkeit beschworen als Verhandlungsmasse Manövriermasse für ein nicht enden wollendes stagnatives Spiel der Teilhabe am Spektakel Es ist das Gegenteil des strategischen Spielens in der situationistischen Konzeption das zum antispektakulären gesellschaftlichen Kriegsspiel wird Dieses Unterspiel reduziert sich auf die Ausgestaltung der Maskerade im Karneval der kapitalistischen Konkurrenz Subjekte wo im Alltag des bloßen Überlebens man sich als nette repressiv entsublimierte Teamplayers meist bietend verkauft Als fantasievolles Mitmachen kann die spaßkapitalistische Aktivität noch in die politisch korrekte Arbeit an der Freizeit hinein als Spaß beziehungsweise Kommunikationsgerilla erweitert werden Die situationistische Perspektive dagegen war mit Marxens Schluss in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie so zu formulieren dass es bei der gesamten Aneignung der kapitalistischen Resultate immer nur um die Durchsetzung der Tendenz zur Freisetzung zur schrankenlosen Entwicklung wie er sagt der Power des gesellschaftlichen Individuums geht Dessen freie unbestimmte und selbstbestimmte Entwicklung kann sich selbst zweck werden auf der Basis der maximalen Verfügung von disponibler Zeit Erst die wirkliche Ökonomie der Zeit ist in einer solchen kommunistischen Gebrauchswerteproduktion möglich die auf der modernsten Minimierung der gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit beruht schon in der jetzigen globalisierten Produktion um der Produktion Willen wie Marx sie kennzeichnete ist dafür die materielle Grundlage geschaffen durch die heute hervorgetriebenen Produktivkräfte und die erzwungene Kooperation der freien Lohnarbeiterinnen in der kapitalistischen Ökonomie der Zeit dies aber erscheint verewigt als qualvolle Krisen- und Katastrophen treibende Tauschwerte Produktion als bisher blind naturwüchsiges Reich der Notwendigkeit die kollektive Aneignung des Reichs der Freiheit zu diskutieren und mit allen zur Verfügung stehenden also gerade den ästhetischen Mitteln zu experimentieren einem Reich der Freiheit das auf dieser historisch längst global geschaffenen und dem fertigen Weltmarkt durchschimmernden Basis angelegt ist darum ging es der situationistischen Internationalen und dies war der Kern ihrer an Rimbaud anknüpfenden Devise Il faut être absolument modern was hieß somit für die situationistische internationale Poesie sie kippte die alte surrealistische Formel La Poesie en service de la Revolution also die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen das war der Titel einer Zeitschrift in den 30er Jahren in der surrealistischen Bewegung und wendete diese Formel um in La Revolution en service de la Poesie die Revolution in den Dienst der Poesie so entwarf sie einer Psychogeographie der Bemächtigung von den schon vorhandenen materiellen Möglichkeiten durch proletarisierte die sich nicht länger abspeisen lassen weder in der ihnen zugemessenen Partie der kapitalistischen Reproduktion als wahre Arbeitskraft noch als menschlicher Müll die situationistische internationale ging wie schon die erste internationale Arbeiterassoziation der Marx und Bakunin Ära von den großen industriellen Weltausstellungen ausgegangen war ging auch die SI von den modernsten Bedingungen aus so im 20. Jahrhundert von den reichsten Metropolen des kapitalistischen Urbanismus die sie als Treffpunkte Koordinationsknoten für kollektive proletarische Kooperation und Kombination im Weltmaßstab nutzte anstatt auf parteiförmige spezialisierte Repräsentation der Klasse im Rahmen der Nationalstaatlichkeit zu setzen beziehungsweise auf den Global Campus das globalisierte Elend des Postdoc-Milieus in der situationistischen Perspektive bleibt auch Demokratie noch Staatlichkeit Trennung der Gesellschaft in Gesamtarbeiterin einerseits und Gewaltmonopol auf der anderen Seite trotz des situationistischen Postulats totaler Demokratie in den Räten als Verkehrsform der Herrschaft der Arbeiterinnen und Räte und schon ihrer Keimform die man schaffen muss der Räteorganisation kann die Poesie für sie nie im Rahmen von Demokratisierung bis ans Ende wie Lenin es genannt hatte stehen bleiben denn dann würde die Revolution die wie Marx und die Situationisten es gleichermaßen nennen die Revolution die nichts außerhalb ihrer selbst lassen kann vor der Selbstaufhebung der Proletarität der letzten Klassentrennung der Gesellschaft Halt machen sie würde immer noch bürgerlich bleiben vielmehr entfaltet sich die situationistische Perspektive erst in der antipolitischen Übergangsperiode die laut Marxens nüchterner Feststellung Zitat Marx nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats Marx Zitat Ende das heißt ein mehr als demokratisches Gemeinwesen wie die Kommune die wie Engels mal feststellte schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war da diese Form der Macht der die Situationisten der generalisierten Selbstverwaltung von Anbeginn antinational antistaatlich radikal kosmopolitisch ist kann sie die schon im Weltmarkt entstandene Bedürfnislage nach tauschwertloser geldloser Aneignungen des ungeheuren Reichtums überhaupt erst über die basalen Bedürfnisse hinaus in die ästhetische poetische Dimension Lebensgenüsse des Erlebten weitertreiben so handelt es bei Marx schon der ganzen Geschichte um die Entwicklung der fünf Sinne und darauf hat die Situationistische Internationale untergesetzt nicht eine Diktatur über die Bedürfnisse wie treffend das System des sogenannten realen Sozialismus bezeichnet worden ist sondern eine Diktatur der radikalen Bedürfnisse selbst über das Reich der Notwendigkeit zum Zwecke der schrankenlosen Befriedigung der menschlichen individuellen und gesellschaftlichen Begierden und Leidenschaften selbst diese Wendung der Marxischen Formel konnte die situationistische Internationale schon einmal in ihrer Zeit durch ihren ganzen poetischen Stil aufscheiden lassen was bis heute ihre Ausstrahlungskraft ausmacht danke vielen Dank Vielen Dank.